Wie stehen Muslime zu Jesus? Erstmal, Jesus, Isa a.s.w. auf Arabisch, ist für uns ein geehrter Gesandter. Allah s.w.t. hat ihn zu den besten fünf Gesandten gemacht. Die wären, ich fange an mit der chronologischen Reihenfolge, Nuh, Noah, dann Abraham, Ibrahim, dann Moses, Musa, dann Jesus, Isa und Muhammad s.w.t. Diese sind die fünf besten Gesandten. Für uns ist Jesus ein Gesandter, ein geehrter Gesandter. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, dieses ist das Beste, woran ein Mensch glauben kann, dass er weiß, niemand hat die Stufe von Allah as Zawjah. Warum kann Jesus kein Gott sein? Allah s.w.t. sagt zu uns im Koran, لَقَوْدِ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَالِفُ فَلَافَا Wahrlich ungläubig sind diejenigen geworden, die Worte Allahs, die sagen, Allah wäre einer von drei. Wie kann man akzeptieren als Mensch, dass neben Allah as Zawjah andere Götter existieren? Und wenn es neben Allah andere Götter in den Himmel und auf der Erde geben würde, so würden die Himmel und Erden zusammentrechen, weil jeder Gott die Macht für sich beanspruchen möchte. Klar, versteht jeder. Ist jemand ein Gott, der im Bauch seiner Mutter verbringt? Wie kann jemand ein Gott sein, der gegessen und getrunken hat? Ein Gott braucht dieses alles nicht. Ein Gott ist unabhängig von allem und alles ist abhängig von ihm. لَوْلُوَ اللَّهُ أَحَدْ Wie kann Jesus ein Gott sein? Nach der Erzählung der Christen, dass er gekreuzigt wurde an einem Kreuz. Subhanallah, ist das eine Vorstellung von euch über Gott, dass er sich von ein paar Leuten überrumpeln lässt, besiegen lässt und daraufhin gekreuzigt wird? Bei uns ist Allah ein Mäschlisch. Niemand kann es mit Allah aufnehmen. وَاللَّهُ تَعْلَى أَعْلَى وَعْلَى